Moin aus Hamburg. Jetzt Wichtel-Time. Dann schauen wir mal, was der liebe Victor so schön eingepackt hat. Das ist ein bisschen unpraktisch. Lass uns das hier nehmen. Oh, ein Brief. Schauen wir mal. Mit gemalt der Talle. Hallo Kai, lange musstest du warten, aber nun ist dein Wichtel-Paket endlich da. Beim Überlegen, was dir eine Freude machen könnte, habe ich lange nachgedacht. Verstehe ich. Ich habe dich als Blues-Mensch eingeschätzt, dir einen weiteren Urwanderer zu schicken, war mir zu langweilig. Ja, danke, ich baue die Dinge ja schließlich selber. Ich sehe, du hast dir Mühe gegeben. Dir einen weiteren Urwanderer und so weiter. Du kannst ohnehin schon einen, du baust ohnehin schon einen der Besten. Das ist ein bisschen geschrieben. So, stattdessen dachte ich, könntest du in dieser komischen Zeit vielleicht dieses, etwas Inspiration brauchen. Mich erinnert das Pedal einer meiner Lieblingsband. Die Bände hat einen ganz speziellen Sound, der sich mit diesem Pedal vielleicht ein Stück weit auf dich überträgt und dich tolle neue Riffs in eine andere Richtung schreiben lässt. Viel Spaß mit den Pedalen, bleib gesund und hab ein schönes Weihnachtsfest, Viktor. Ja, super, super gemacht. Ich sollte vielleicht die Brille aufsetzen, dann kann ich besser lesen. Die Tageszeitung ist mit eingepackt. Ja, prima. Das war's dann mit meiner Diät. Super, super. Noch mehr Spekulatius. Super, super, super. Noch mehr, ich glaub's ja nicht. Gebrannte Mandeln, immer gut. Aufkleber, bis der Arzt kommt. Ja, hervorragend. Diese Seiten benutze ich auch. Die ist hier nicht schon nix. Don't drop the base, genau. Ich bin ja nicht nur Giderist, sondern auch Bassist. Also, gut gemacht, gut gemacht. Was haben wir noch? Hüttenzauber. Da wird sich meine Frau freuen. Ich auch. Schauen wir mal. So, es geht weiter. Drei durchsichtige Tüten. Ach, das ist voll Verpackungsmaterial. Dann haben wir hier Barclays. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Was steht denn hinten drauf? Flavorpasteln. Das ist bestimmt irgendwie Minz. Das ist bestimmt für eine gute Stimme. Ja, ich hab ja sowieso eine gute Stimme. Also, das kann sich ja nur fördern. Dann haben wir hier was Schönes. Oh, Slide. Voll erwischt. Ich glaub, ich hab in meinem Leben noch nie Slide gespielt. Das wäre ja mal eine Übung. Aber erwarte nicht, dass ich euch das vorführe im Moment. Vielen Dank dafür. Ich werd's definitiv probieren. So, jetzt kommen wir zum Hauptgewinn dieses Pakets. Mal zack und weg. Und einmal austackeln. Übrigens mein erstes Wichteln, an dem ich teilnehme. Letztes Jahr hab ich das knapp verpasst. Und ja, bis jetzt hat alles Spaß gemacht. Ich hab auch gerne die anderen Videos gesehen und die anderen Beiträge. Alles super. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ich schaff's nächstes Jahr auch wieder. So. Ein... Oh, ich glaub's ja nicht. Ein Mega Distortion von Boss. Ne, den hab ich noch nicht. Ich hab zwar schon viele Geräte, gerade Overdrives und auch Distortions. Den hab ich nicht. Den muss ich unbedingt ausprobieren. Super Sache. Danke, Viktor. Vielen Dank. Schnitt. Okay. Schnitt. Okay... Wow, heftig, heftig das Teil. Ja, lieber Viktor, vielen Dank dafür. Ich freue mich und ich freue mich auch, den mit meiner großen Anlage im Keller zu testen. Das wird laut. Leute, ich bedanke mich nochmal bei allen, die mit der Organisation mitgeholfen haben und freue mich aufs nächste Wichteln. Ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ciao.